Herzlich Willkommen am östlichsten Ende Deutschlands. Genau hier ist der östlichste Punkt Deutschlands. Hinter mir weite Felder und vor mir das Zipfelbuch. Zipfelbuch im schönen Ort Deschka, der hier 2,6 Kilometer entfernt ist und das Zipfelbuch am östlichsten Punkt Deutschlands hält wahrscheinlich einige Erkenntnisse für uns parat. Schauen wir mal. Lass die Stifte hier, andere wollen auch schreiben. Vergesst bitte nicht den Müll mitzunehmen. Zeitungsartikel aus der Sächsischen Zeitung. Zehntes Zipfel Gästebuch östlicher Punkt. Das hat schon Vorgeschichte hier. Quizfragen. Wann wurde der östliche Punkt in dieser Form geschaffen? Wie soll man die Antwort rauskriegen? Lösung. Letzte Seite. Alles klar. Also wann wurde der östlichste Punkt in dieser Form geschaffen? 1994. Danke sehr. Von wo wurde der Findlingstein geholt? Grube Berzdorf würde ich jetzt mal tippen. Nein. Grundstück hier aus der Gegend. Wie schwer ist der Findling? 2,8. 4,5. 6,2. Neh mal die Mitte. 4,5. 6,2. Hey, da hat ja jemand hier schon reingepaust. Der schwarze Kanal. Haha. DDR-Witz. Gemäß Ihrer Anfrage habe ich folgendes recherchieren können. Der östlichste Ort Deutschlands ist Zentendorf. Der Karte habe ich die geografischen Koordinaten entnommen. Die Sekunde ist interpoliert. Geografische Breite. Geografische Breite. 51,16,40, sprich 14-durcher Breite. Geografische Länge. Abstand. 15,2,17. Östlicher Länge. Diese Angaben beziehen sich auf einen in der genannten Karte am östlichsten Ort aus König-Darschwelts-Gebäude. 500 Meter von dem Eis entfernt. Okay, und wir sind hier noch ein bisschen weiter. Also, wir haben es offiziell vom Geodätischen Institut Dresden. Ist das nicht krass? Und hier sind wir. Am östlichsten Punkt Deutschlands. Wer hier ist alles wahr? Ey, geil, da schreibe ich auch gleich was rein. Hier kommt gerade ein bisschen Wind auf. Wir tun das erstmal zurück. Ich hole es mir gleich nochmal. Und jetzt gehen wir nochmal runter an die Neiße. Ich hoffe ja mal nicht, dass hier hinter mir mein Fahrrad irgendwie in Liebesgefahr ist. Man weiß ja nie. Aber hier ist wirklich nichts und niemand. Und gleich sind wir am offiziellen Ende Deutschlands. Da verläuft nämlich die Grenzbalken. So. Ach, wie schön. Da haben sie einen Einstieg gebaut. Auf die Neiße, die hier langfließt. Traumhaft. Gucken wir mal, wie schön die hier langfließt. So, und ein Steinwurf entfernt Polen. Auf der anderen Seite. Gut. Also, das ist nächster Punkt Deutschlands. Check. Eine Frage ist da noch. Was ist das für ein komischer Kanister? Boah. Jetzt kommt aber hier ein ganz schöner Sturm auf. Ich glaube, ich muss bald zu meinem Campingplatz. Wenn ich noch ein Zelt aufbauen möchte, was seht. Also, dieser Kanister hier, der wirft mir noch so eine Frage auf. Ist das Restmüll aus dem Kalten Krieg eine Toilette oder Kunstwerk? Da steht ja sogar PC am Baum. Okay, kann man hier in die Natur entleeren. Was ist das hier? Nein, wie geil. Da kann man drin sitzen. Wie geil ist denn das? Krasser Kanister. Und jetzt sehe ich doch am Ende der Welt ein Auto. Das fährt hier mal entspannt entlang. Aber ansonsten nix aus der Landwirtschaft. Dem Zipfelbuch und dem Sturmauffangbehälter. Vielleicht setze ich mich da zum Schreiben gleich rein. So, also ich sag tschüss vom östlichsten Teil Deutschlands. Und ladle gleich den Uterneinweg weiter. Aber vorher schreibe ich noch was ins Zipfelbuch. Tschüss.